Egal bei welchem Wetter, auch wenn es regnet oder schneit, der Enduros bringt Ihre Güter sicher ans Ziel. Mit der SIG Sicherheitstechnik arbeitet der autonome Transportroboter drinnen und draußen zuverlässig. Der Outdoor Scan 3 ist dabei ein essentieller Baustein unseres Sicherheitskonzepts. Wir haben den Enduros von Anfang an unter realen Bedingungen getestet und die Erkenntnisse direkt in die Entwicklung einschließen lassen. Dadurch haben wir einen klaren Wettbewerbsvorteil erzielt. Der Sicherheitslaserscanner Outdoor Scan 3 sorgt dank robusten Gehäuse, smarten Zubehör und erweiterten Diagnosefunktionen für zuverlässigen Personenschutz. Insbesondere für die Sicherheitssensorik ist es notwendig, unter realen Umgebungsbedingungen die Wirksamkeit zu testen. Das Outdoor Technology Center von SIG bietet für solche Tests den geeigneten Rahmen. Im Außenbereich zählt die Sicherheit und durchgehende Verfügbarkeit. Der Transportroboter muss zuverlässig arbeiten, Hindernisse frühzeitig erkennen und dabei auch sicher durch enge Kurven fahren. Um zusätzlich die Verfügbarkeit des Enduros zu erhöhen, werden die Schutzfelder automatisch dem Wetter angepasst. Außerdem reinigt das InnoC Rain Guard System den Sensor bei staubigen oder nassen Bedingungen automatisch mit dem SIG erwärter. Unsere Kunden sind vom Transportroboter Enduros überzeugt. Er erfüllt alle ihre Anforderungen und Zuverlässigkeit, Sicherheit und Produktivität. Dank der Sicherheitssysteme von SIG und der Technik von InnoC Robotics können unsere Kunden ihre Prozesse optimieren, Betriebskosten senken und die Produktivität steigern. Die Sicherheits- und Automatisierungslösungen von SIG passen da perfekt. Der Outdoor Scan 3 sorgt für Sicherheit und die 3D-Messdaten des Multiscan 100 für eine zuverlässige Navigation und Lokalisierung, auch in schwierigen Umgebungen. Die Systeme lassen sich leicht integrieren und reduzieren den Verdrahtungsaufwand. Unsere Roboter lassen sich flexibel, zum Beispiel auf Baustellen, Friedhöfen, in der Industrie oder der Logistik einsetzen. Um zukünftig höhere Geschwindigkeiten auf unebenen Fahrwegen zu ermöglichen, arbeiten wir aktuell daran, sichere 3D-Messdaten ins Fahrzeug zu integrieren. Der Multiscan 100 s eröffnet uns hier ganz neue Möglichkeiten. Unsere enge Zusammenarbeit mit InnoC Robotics stärkt unsere Partnerschaft und fördert die Entwicklung innovativer Outdoor-Lösungen. Gemeinsam setzen wir neue Branchenstandards für sichere Automatisierung im Ausland. Der regelmäßige Austausch mit SIG hilft uns, Fragen schnell zu klären und sicherzustellen, dass unsere Roboter-Lösungen sicher und vorschriftsmäßig sind.